und damit herzlich willkommen zurück in strangerville ich musste den guten jason ein bisschen schlafen legen. dieser komische kerl hat sich jetzt mit unserer toten und frau, ex-frau wie auch immer, unterhalten eigentlich, ah genau, eigentlich müsste ich den impfstoff nämlich testen, hier gibt es nichts zu sehen, geh weiter, ja dann geh weg von mein grundstück, junger, du bist nämlich auf mein grundstück. über interessen reden? nee, ich will nichts lesen, du sollst über... hallo, du sollst mit dem reden. heute noch. hm, das ist ein ganz komischer kerl, sieht so ein bisschen aus wie so ein agent oder so. ok, der arbeitet bei DAS Büro. das hört sich krass an jetzt gerade mit dem Wetter. komm, red mal mit allem. ich will den impfstoff testen, mach hinner. ich muss los, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. nein! du musst nicht los. ah, geht doch, genau, red ein bisschen mit mir, vielleicht kann ich ja... dich als experimentierend nehmen. oh, diese Wettergeräusche gefallen mir so gar nicht. was ist das? das ist alles so rötlich im Hintergrund. ja, ich glaube, ich kriege ihn nicht mehr dazu. vielleicht müssen wir auch wirklich die Leute nehmen, die schon so ein bisschen bekloppt aussehen. ja, das denke ich schon fast. ähm, ich würde sagen, ich nehme heute erstmal einen Tag Urlaub. nee, ich will nicht in den Urlaub fahren, ich wollte Urlaub nehmen. geht das gar nicht? ah, okay. na gut, dann würde ich sagen, essen wir noch eine schnelle Mahlzeit und dann machen wir uns gleich auf, dass wir zur Arbeit kommen. ich muss auch die Ranken entfernen, ja. ein bisschen aufräumen wäre auch nicht schlecht, ne. es gammelt hier auch schon alles vor sich hin. was war das? so, säubern. ne, säubern. du sollst du sollst die Toilette benutzen, hallo. ja, okay, nicht verwenden. so, ja, das ist schön. Jason muss gleich bei der Arbeit sein. Mach hin. versuch mal du da machst, hör auf damit. du musst zur Arbeit, Junge. merkst du das nicht? und schon wieder habe ich Rechnungen bekommen. oh nein. 490 Dollar. wieso kriege ich jetzt auf einmal die ganzen Rechnungen? wieso habe ich die vorher alle nicht bekommen? Sauerei! ja, genau. so, du bezahlst jetzt erstmal deine Rechnung, bitte. bevor da noch irgendetwas passiert. ne, komm, lass mich einfach in Ruhe. ich muss, ich muss in die Stadt. ich muss gucken, ob ich dann jemand den Impfstoff testen kann. ich kam nicht gut an deinem Briefkasten, aber ich habe es geschafft, die Post reinzuwerfen. was, wie? war da jetzt noch was drin? Moment, da müssen wir jetzt gleich erstmal nach gucken. so, was könnte die uns in den Briefkasten geworfen haben? die Profildaten, die müssen wir einem Wissenschaftler geben. eigentlich hat die uns überhaupt nichts da reingeworfen, so wie das aussieht. haben wir hier irgendwo noch einen Bekloppten, der hier in der Straße rumläuft? Ah, hier. Impfstoff testen. Das will ich sehen. Hallo, wo ist der? Du sollst den Impfstoff testen. Junge. Einmal ins Auge rein. Der Impfstoff scheint eine Reaktion ausgelöst zu haben. Konnte die Infektion aber nicht komplett beseitigen. Probiere ihn an anderen besessenen Sims aus, um die Wirkung zu überprüfen. Oh. Okay. Suchen wir mal ein paar andere. Die erste haben wir schon gekillt. Ähm. Ja, die sehen alle noch normal aus. Die sieht nicht mehr normal aus. Ja komm, du sollst den Impfstoff ja eigentlich an dir testen und nicht mit dir reden. Ja. Okay. Okay. Red doch einfach mal mit dir, Junge. Moment. Nein. Äh. Äh. Über Stranger Will reden? Beschwörungstheorie? Ich dachte, ich sollte den Impfstoff an dir testen. Hm. Das wird schwieriger als gedacht, die Impfstoffe an jemanden zu testen. Jetzt nicht. Die Impfstoffe an jemanden der Seite werden. Ja. Ja. Verr口. Bdoe. Ja. Tja. Tja. Du bist aber upfiel. Oh. Mach5. Also, es scheint nicht zu funktionieren. Was ist denn mit dem hier? Da kann ich auch nur versuchen, mit ihm zu reden. Okay. Aber ich dachte, ich sollte den Impfstoff testen. Hm. Ja, ich würde sagen, aufgrund dessen, dass wir jetzt schon so spät haben, dass wir uns wieder zurück nach Hause machen. Das ist immer so ein bisschen nervig, aber das mit dem Urlaub scheint irgendwie nicht ganz zu klappen. Weil ich will ja nicht in Urlaub fahren, ich will nur Urlaub nehmen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Hause, schlafen noch eine Runde, gehen nochmal zur Arbeit und gucken uns dann mal an, ob wir eventuell mitsamt der ganzen Truppe nach unten gehen können. und gegen die Pflanze kämpfen können. Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Vielleicht funktioniert das ja. Dann würde ich sagen, mit dieser Szene verabschiede ich mich erstmal für heute und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal.